Trends dieses Jahr waren definitiv mobile Endgeräte, die Skalierbarkeit, die Sichtbarkeit der Nachrichten auf mobilen Endgeräten, aber auch crossmediales Kampagnenmanagement. Auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Überblick, was E-Mail-Marketing heute für den Endkunden bedeutet, welche Anforderungen aus dem Markt an die E-Mail-Marketer gestellt werden und einen sehr, sehr guten Branchenüberblick über die einzelnen Unterschiede und Feinheiten der einzelnen E-Mail-Marketer. Die E-Mail-Expo habe ich als sehr lebhaft und interessant, abwechslungsreich empfunden. Sie gibt einen sehr, sehr guten Überblick über die Branche. Für den Besucher, aber auch für unsere Aussteller war es interessant, den Wettbewerb zu sehen und die Trends aufzuschnappen, die heute die Branche bewegen. Die Reise geht definitiv dorthin, dass wir mobile Endgeräte mehr und mehr als wichtig empfinden und 40 Prozent aller Nutzer öffnen ihre E-Mails heute auf mobilen Endgeräten. Das heißt, die Darstellbarkeit auf diesen Geräten wird immer wichtiger. Aber auch crossmediales Kampagnenmanagement zur Verbesserung des ROIs, sprich welche Nachricht, welchen Empfänger zu welcher Zeit erreicht, ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunft.